Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute fangen wir mit dem Mac-Elise-Verfahren an. Das ist das postquantumsichere Verfahren, also das, das sogar mit Quantencomputern höchstwahrscheinlich noch sicher ist, weil es nicht auf dem RSA-Problem oder auf dem D-Log-Problem beruht und deswegen immun gegen Shores Algorithmus ist. Wer es nachschlagen möchte, das ist der, mit dem man RSA brechen kann, zum Beispiel. Also wenn es Quantencomputer gibt, logischerweise erst. Okay, Problem ist natürlich, dass Mac-Elise einen relativ großen Schlüssel hat, vor allem der Public Key ist echt riesig. Aber bevor wir irgendwas in Richtung Mac-Elise machen, werden wir uns erstmal mit Fehlerbehebungscodes beschäftigen müssen, denn der Mac-Elise ist eigentlich sowas wie ein Fehlerbehebungscode. Okay, fangen wir also an und ja, wir wollen jetzt erstmal uns anschauen, wie funktioniert denn zum Beispiel Hemming-Code. Also brauchen wir als erstes mal so ein bisschen Definitionsgedöns mal wieder. Und zwar brauchen wir, sagen wir, wir nehmen den Hemming-Code 743, also den 743 Hemming-Code als Beispiel. So, da sind wir auch schon wieder. Das ist diese sogenannte Hemming-Code-Generator-Matrix als kleines Beispiel. Also jeder Code hat seine eigene Generator-Matrix, okay? Und mit dieser Generator-Matrix kann man jetzt Tricks machen. Ha! Ne, Spaß. Man kann da ein paar Sachen damit machen, zum Beispiel rechnen. Mit Matrizen kann man nämlich multiplizieren und ja, multiplizieren ist eigentlich das Wichtigste in dem Fall. Und zwar kann man vorne Vektoren dran multiplizieren. Vektoren sind in dem Fall sehr, sehr wichtig. Wir werden uns jetzt mal angucken, wie man das machen kann. Zum Beispiel ein Vektor, ich mache hier noch das Mal hin. Okay, so, ein Vektor mit 1, 1, 0, 0. So, ja gut, ein bisschen Platz sollten wir vielleicht hier noch. Okay, das musste funktionieren. Also hier haben wir einen mathematischen Vektor und der ist genau gleich lang, sozusagen, wie diese Matrix hoch ist, okay? Und das ist ganz wichtig, dass die gleich sind von der einen Dimension. Und was jetzt hierbei rauskommt, wenn ich die beiden multipliziere, ist folgendes. Wir rechnen Zeile mal Spalte, okay? Und deswegen passt es eigentlich auch nicht, dass das Ding hier steht, dieser Vektor. Eigentlich will ich den gar nicht stehend haben. Ja, so ist es viel besser. Okay, so sieht es aus. Jetzt haben wir diesen Vektor hier zum Liegen gebracht. Es sind aber immer noch vier Zahlen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Einfach vier Einträge, die da halt drin stehen. Das ist sozusagen ein Platzhalter dafür, dass ihr vier Zahlen auf einmal drin halten könnt. Während eine Matrix ist ein Platzhalter dafür, dass ihr in diesem Fall sieben in der Zeile und vier in der Spalte, also insgesamt sieben mal vier, also 28 Zahlen irgendwie zusammenpacken könnt. Und mit den Dingern kann man tatsächlich rechnen. Werden wir jetzt kurz machen. Ich möchte euch zeigen, wie Matrix-Multiplikation funktioniert. Brauchen wir dazu als erstes mal. Okay, Matrix-Multiplikation, die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon kennen, aber für die, die es nicht kennen, Zeile mal Spalte. Eine Zeile ist das, was ich so längst lese und eine Spalte ist das, was ich hier hochkant lese. Also insgesamt habe ich vier Elemente in der Zeile hier und hier vier in der Spalte. Deswegen ist es wichtig, dass die gleich sind. Okay, also wenn ich hier Zeile mal Spalte rechne, dann kommt am Ende was Längeres raus, nämlich Zeile mal Spalte liefert mir bloß dieses erste Teilchen hier. Und am Ende kriege ich insgesamt sieben Einträge in meinem Vektor raus. Okay, dann machen wir hier wieder erstmal diese Klammern rein, schreiben wieder mal Matrix. Und ja, wir rechnen jetzt das Ganze aus. Also Zeile, 1, 1, 0, 0 mal Spalte. Und jetzt nehmen wir jedes Element, also das erste Element mit dem ersten Element, plus das zweite Element mit dem zweiten Element, plus das dritte mit dem dritten, plus das vierte mit dem vierten. Da wir binär sind, ist es relativ einfach. Also 1 mal 1 ist 1, plus, der sechste ist es auch, 1 mal 1 ist auch 1, also plus 1. Und dann haben wir hier 0 mal 1 ist 0, 0 mal 0 ist auch 0. Also im Prinzip steht hier am Ende 1 plus 1 da, wobei wir in binär sind. Achtung, nicht vergessen, normalerweise würde jetzt hier eine 2 rauskommen. Wir bekommen aber eine 0 raus, weil wir binär sind. Okay, so, weiter geht's, nächster Eintrag. Jetzt nehmen wir wieder diese Zeile hier, denn hier haben wir ja nur eine, und aber die zweite Spalte, denn wir wollen ja alle miteinander machen. Also 1 plus 1, also 1 mal 1 plus 1 mal 1 plus 0 ist uns egal. Also im Prinzip müssen wir immer nur die ersten zwei Teile hier angucken, der Rest ist sowieso 0. Also haben wir hier wieder 2 stehen, denn 1 plus 1 ist bekanntlich 2, und binär heißt das 0. Gut, weiter geht's. Dritte Zeile, dritte Spalte, erste Zeile hier wieder 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Jetzt haben wir hier mal was anderes, 1 mal 0 ist 0, plus 1 mal 1 ist 1, also steht hier eine 1. Und so weiter und so fort, hier könnt ihr gerne mal selber weitermachen. Ich werde es jetzt mal kurz mit euch noch schnell durchgehen, aber nicht mehr so ausführlich. 1 mal 1 ist 1, 1 mal 0 ist 0, also 1. Ups, da brauche ich ein Hashtag vorne dran, sonst kriege ich keine getrennten Elemente. Okay, fünfter Eintrag, hier haben wir eine 0, sechster Eintrag haben wir auch eine 0, und siebter Eintrag haben wir wieder eine 1. Das heißt am Ende haben, ups, das heißt am Ende haben wir hier wieder 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 raus. Und das haben wir durch diese Hemming Code Matrix gekriegt. Also das hier vorne war sozusagen unsere Nachricht M, und das hier war die Generator Matrix G. Das ist sozusagen auch die wichtige Matrix hier, denn ich kann jede beliebige Nachricht mit 4 Bit hier dran multiplizieren und kriege dabei so ein Ergebnis raus. Das ist erstmal wie so ein Code funktioniert. Jetzt gibt es zu diesem Code hier, also zu dieser Hemming Code Matrix 743, zu dieser Generator Matrix gibt es auch wieder den Parity Check oder die Parity Check Matrix. Und die sieht wie folgt aus, das ist die Parity Check Matrix. Was bringt mir diese Parity Check Matrix? Ihr habt es gerade vorhin gesehen, wir hatten als Ergebnis, ich mache es gerade nochmal hierher, das war unser Ergebnis von der Matrix Multiplikation, gerade die aus einer Nachricht M kam. Und dieses Ergebnis hier, das kann ich jetzt hier dran multiplizieren. Allerdings andersrum dieses Mal, denn jetzt machen wir Spalte mal, oder Zeile mal Spalte immer noch, aber ich multipliziere das Ganze jetzt hinten dran. Also sage ich H mal dieses komische Teilchen hier, ein sogenannter Vektor wieder, also das Codewort von uns im Prinzip, H mal dieses Codewort. Naja, was passiert denn da? Da kriege ich wieder einen Vektor raus, und zwar folgenden Matrix von... So, und jetzt multiplizieren wir doch mal H hier dran, also Zeile mal Spalte. Achtung, hier müsste jetzt eigentlich der Vektor Hochkant stehen, aber das ist leider nicht ganz so einfach möglich hier in dem Programm. Also nehmt einfach mal an, dieser Vektor steht jetzt Hochkant. Wir nehmen jetzt dieses, dieses erste, diese erste Zeile und multiplizieren das hier dran. Was passiert dabei? Einmal 0 ist 0, 0 mal 0 ist 0, einmal 1 ist 1, 0 mal 1 ist 0, einmal 0 ist 0, 0 mal 0 ist 0 und einmal 1 ist auch 1. Wir bekommen jetzt hier also den Vektor 1, äh, 0 raus, denn wir sind ja immer noch im Binären. Also eigentlich würden wir 2 rausbekommen, aber da wir im Binären sind, kriegen wir 0 raus. Machen wir das mit der zweiten Zeile, ganz ganz wichtig, sehen wir hier, kriegen wir hier 1 raus, der Rest ist 0 und an der letzten Stelle kriegen wir auch wieder ein 1 raus. Das heißt, wir kriegen hier wieder eine 0 raus. Und wenn wir das mit der letzten auch nochmal machen, dann kriegen wir hier wieder eine 0 raus. Und, ähm, das ist der große Trick bei diesen Hemming-Code-Dingern oder generell bei diesen Code-Matrizen. Wenn ihr das Codewort da wieder dran multipliziert, dann bekommt ihr ein Nullvektor raus, wenn das richtig war. Also wenn das Codewort, das hier, das ist das Codewort, das haben wir bekommen durch m mal g, m mal g, ups, hat mir dieses Codewort hier geliefert. Also ich, ich lasse das jetzt hier weg, das machen wir nicht rein. Und jedes Codewort, was hier rauskommt am Ende, wenn ihr das hier an h wieder dran multipliziert und das Codewort war richtig, dann kommt hier der Nullvektor raus. Aber gucken wir mal, was passiert, wenn das Codewort falsch ist. Also zum Beispiel ein einziges Bit ist falsch übertragen. Schauen wir uns das mal an. Dann nehmen wir einfach mal das vorderste Bit hier und das wurde jetzt falsch übertragen. Das heißt, hier ist eine 1. Zum Beispiel wegen irgendwelchen Störungen, wenn WLAN oder sowas irgendwie gestört wird, dann kommt sowas relativ häufig vor. Also im Prinzip wird eigentlich fast nichts richtig übertragen und deswegen braucht man diese fehlerkorrigierenden Matrizen relativ häufig. Also was jetzt hierbei passiert ist, wir haben hier eine 1. Das heißt, wir multiplizieren immer noch weiter was dran. Also steht hier am Ende, hier die beiden sind 0, das interessiert uns nicht, aber in der ersten Zeile haben wir eine 1 mehr. Das heißt, wir haben am Ende eine 3 und hier steht am Ende 1 0 0. Und 1 0 0 bedeutet jetzt in diesem Fall, dass wir einen Fehler haben und zwar an der allerersten Stelle 1 hier, an der allerersten Stelle in unserem Wort, also hier vorne. Dieses Zeichen wurde falsch übertragen. Wenn wir das so hätten, dann haben wir hier wieder eine 0. Gut, schauen wir uns doch mal an, was passiert, wenn wir zum Beispiel hier was falsch übertragen haben. Dann haben wir an der fünften Stelle ändert sich was und dann haben wir hier jeweils in beiden Teilen, also hier und hier eine 1. Das heißt, es sieht dann am Ende so aus. Das bedeutet, binär gelesen, die 1, also 1 an der dritten Stelle, beziehungsweise 1 0 1 binär gelesen, ist 1 plus 4 und das bedeutet, 1 plus 4 ist 5, also haben wir an der 1, 2, 3, 4, fünften Stelle einen Fehler. Das heißt, diese Stelle hier, wo jetzt meine Maus ist, die wurde falsch übertragen und das entspricht genau dem, was wir gerade hatten. So funktionieren fehlerkorrigierende Matrizen. Ganz grob erklärt jetzt natürlich. Aber wir können nicht beliebig viele Fehler korrigieren. In der 7, 4, 3 Hemming Matrix können wir abgerundet D minus 1 halbe Fehler korrigieren. D ist die letzte Zahl, also in der 7, 4, 3 Matrix können wir 3 minus 1 geteilt durch 2, also 2 durch 2, also einen einzigen Fehler korrigieren. Wenn wir 2 Bits hier in diesem Generatorwort, wenn wir 2 Bits hier drin falsch übertragen, dann kommt da kompletter Schmuh bei raus und ich kann nichts mehr machen. Das heißt, wir sind immer irgendwie beschränkt durch diese 3 hier hinten und diese 3 nennt sich Gewicht, beziehungsweise minimales Gewicht, kleinstes Gewicht oder wie man es nennen möchte. Da könnt ihr einfach mal in der Generatormatrix gucken und ihr zählt einfach in jeder Zeile die Einsen. Also hier haben wir 1, 2, 3, 4 Einsen in der ersten Zeile, 3 Einsen in der zweiten Zeile, 3 Einsen in der dritten und nochmal 3 in der vierten Zeile. Und das bedeutet, unser kleinstes Gewicht ist die kleinste Zahl davon, das wäre in dem Fall 3. Also einfach die kleinste Zahl von den Einsen, die ihr hier einfach gezählt habt. Das ist euer kleinstes Gewicht und das ist euer D, also eure letzte Zahl hier in dem Code, also die 3 in dem Fall. Und ihr könnt, wie gesagt, T-Fehler korrigieren. Upsala, da soll ich vielleicht ein New Line reinpacken. New Line. So, T-Fehler korrigieren, wobei T in diesem Fall, jetzt muss ich kurz suchen, so, T gleich D-1 durch 2 ist. Aber Achtung, wir runden D-1 noch ab, also, upsala, wir runden generell das Ganze ab. Also wir runden ab, Floor bedeutet abrunden D-1 halbe. Wenn ihr jetzt zum Beispiel D gleich 4 habt, dann steht hier 3 halbe, was 1,5 wäre. Ihr könnt aber nicht 1,5 Fehler korrigieren, sondern auch nur einen Fehler. Das heißt, ihr habt im Prinzip auch nur einen einzigen Fehler, wenn ihr ein D gleich 4 habt. Okay, also immer D-1 geteilt durch 2 und dann abrunden. Einfach, ja, abrunden, kennt man ja. Okay, so viele Fehler könnt ihr korrigieren. Und auf diesem ganzen Gedöns basiert Mac Elise. Da geht es dann nächstes Video los. Dieses Video wurde schon wieder ziemlich lang. Und ja, wir hören uns im nächsten Video dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Einschub. Und ja, bis dann. Ciao.